Hallo Leute, wir sind zurück in dem Stadtviertel der Mutantenjäger und hier sind die letzten zwei Gebäude, die noch interessant für uns sind. Einerseits das Wild Paradise, eine riesige Bar-Club-In, nicht ganz sicher, was das alles ist. Und dann hier ein kleiner Waffenshop, in den wir mal kurz reinschauen, Chuck's Weapons. Come to get yourself a real gun. Best of the best. Zum Beispiel diese Wakazashi-Blade. 200, okay. Ja, 14.000. Heavy-Grenate-Launcher. Den Typen irgendwie zu überfallen und sein ganzes Zeug an uns zu reißen, wäre cool. Aber noch nicht ganz sicher, wie und ob wir das hinkriegen. Wir könnten schauen, ob er vielleicht nachts nicht hier ist. Aber ich würde mich nicht darauf verlassen. Egal. Chuck's Weapons. Warte mal. Habe ich hier einen Keller gesehen? Nein. Eine Tür nach hinten. Können wir da mal kurz... Okay. Ha. Das ist mittelmäßig verdächtig, aber egal. Gut. Und hier noch das Wild Paradise. Ich habe schon ein bisschen vorgespielt zwischen den Episoden. Weil es deswegen, dass dieser Typ hier sehr wichtig für uns ist. Es geht nämlich im Endeffekt darum, wollen wir uns den Mutantenjägern anschließen oder wollen wir uns dieser Imperial City, der Stadt in der Stadt anschließen, den Bunkerleuten. Und du bist, wenn ich mich recht erinnere, unsere Eintrittskarte ins Imperium. Quan and Tentative Punishment. B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b. Genau. Du bist auf einer Spezialmission außerhalb der Stadt. Er sieht uns was von der Imperial City. We're actually people like all the rest. Good, good, good. Ja, die leben ein bisschen in einer Art Polizeistadt. Any idea if there's any work to be found in the Empire. Advisor Eliza is currently looking for someone capable. Und ich glaube, wir können jetzt den Wachen sagen, genau, Lieutenant Terrick hat uns geschickt. Und dann dürfen wir in die Imperial City. Gut, und dann reden wir noch kurz über deine Mission. Track down someone called the Anonym. He's hiding somewhere in Albuquerque, trying to overthrow our Emperor. Gut, und er steht dessen hier und besäuft sich. So, und während der irgendein Typen ansteigt, wenn wir jetzt von dem kleinen Mann hier angesprochen. Benicio, Benicio, was auch immer. Also genau der Typ, den der Lieutenant Terrick sucht. Who are you? Who is this Anonym? Gut, du bist nur irgendein losgeschickter Henchman. Und wir finden dich im Zimmer im ersten Stock. Gut, das heißt, hier hatten wir eine dritte Möglichkeit. Wir können für Anonym arbeiten, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob uns das ausschließt von Arbeit mit den Mutantenjägern. Oder eben die Mutantenjäger und das Imperium. A man in this establishment tried to offer me a job for the Anonym. Und er sagt, ja, das ist nur irgendein Angeber, das interessiert ihn überhaupt nicht. Ich habe das Gefühl, dass Lieutenant Terrick relativ inkompetent ist, aber okay. Gut. Okay, und hier sind wir jetzt also an einem wichtigen Punkt angekommen. Wir können hochgehen und dem Typen erzählen, dass wir für Anonym arbeiten wollen. Wir können den Mutant Huntern sagen, dass wir ihnen beitreten wollen. Dann gibt es eine kleine Serie von Quests, die sie uns geben, um zu zeigen, dass wir was drauf haben. Und dann können wir halt auch dem Imperium teilnehmen. Ich habe vor, ein bisschen diese Fraktionen gegeneinander auszuspielen. In dem Sinne, wenn wir hier den Leuten sagen, hey, wir wollen den Mutant Huntern beitreten und sie uns diese ersten paar kleinen Testaufgaben geben, die können wir noch machen, ohne dass es uns unsere Verbindung in der Imperial City verscheißt. Genauso können wir auch jetzt mal, wenn wir sagen, Lieutenant Terrick hat uns geschickt, in die Imperial City rein, uns dort umschauen, nach allen möglichen Quests und uns andere Möglichkeiten holen, zurück in die Stadt zu kommen. Wir dürfen nur nicht anfangen, für eben diesen Advisor, für die Eliza zu arbeiten. Das ist das einzig Wichtige. Das heißt, wir können uns von beiden Parteien ein paar schwach mit ihnen verbundene Quests holen, solange wir nicht quasi die Hauptstory oder die richtigen Beitrittsquests beginnen. Glaube ich, können wir die ein bisschen gegeneinander ausspielen, beziehungsweise nicht wirklich gegeneinander ausspielen, aber einfach halt parallel machen. Deswegen versuchen wir das einfach mal. I'm supposed to see Advisor Eliza for work. Okay. Das ist wichtig. I hope she knows what she's doing. Very well, you may enter for now. Next time you're going to need a real invitation. Keep it weapons holster. Information robots. Okay. Gut, wir sollen die Leute allein lassen. Wir werden hier mal kurz unsere Shotgun wegstecken. Und wir werden dir, Schatzle, sagen, dass du auch deine Waffe wegstellst. Gut, und hier sind wir im Imperium, das ziemlich genauso aussieht wie das Innenleben von Ward City. I have to warn you not to draw your weapon in the building. Keep them holstered. What would happen? Ha, 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 ha. Some call it the palace. Ja, genau. Okay, thanks for the warning. Gut, hier drin finden wir die Eliza. Nämlich Sie, wenn ich mich recht entsinne. Na, wo ist sie denn? Hier. Eh, hier. Ja, genau. Genau. You see an important looking woman. Gut. Ich habe mich hier mal ein bisschen umgeschaut. Also mit dem Aufzug fahren ist, soweit ich weiß, keine Option für uns. Die normalen Soldaten sind uns auch relativ wurscht. Beziehungsweise sie wollen auch nicht großartig mit uns reden. Die Leute, die ganz interessant sind, sind du mal. Zachary Browman, Recruitment Officer. Okay. Recruitment Officer. You see much more welcoming. Okay, okay, okay. Oh, okay. Oh, okay. Schaffst du es irgendwie nicht, diesen Schrank wieder zuzumachen? Oder fehlt dir einfach die Animation? Eins von den beiden. Okay. Hm, also die meisten Sachen, zu denen wir hier Zugriff haben, dürften komplett uninteressant sein. Leider. Ähm, badam, 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 badam. Du bist auch noch wichtig. Aber ich glaube, ich mag noch nicht mit dir reden, weil der Typ ist ein ziemliches Arschloch und ich glaube, wir brauchen seine Hilfe später noch. Äh, da müssen wir aufpassen, dass wir die richtigen, die richtigen Dialoge haben. Ähm, ich habe nämlich soweit vorausgespielt, dass ich schon weiß, wo wir unsere, äh, äh, dauerhafte Einladung ins Imperium herkriegen. Und das ist das, was wir uns jetzt auch holen werden. Ja, ich habe echt noch nie versucht, in diesen normalen Häusern herumzuscheißen. Interessant. Ähm, ich muss nur das Haus wiederfinden. Es gibt nämlich eine Person, die nichts mit dem Palace zu tun hat, die uns aber eine Quest geben wird, die uns Zugang zu Imperial City verschafft. Und das ist mal Punkt Nummer 1 auf der Tagesordnung. Ich glaube, das bist du hier hinten. Grieving Woman, das hört sich gut an. The Foreigner. Uh. I didn't mean to bother you. Ba, 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 bam. Lorraine Velasquez. Genau. Maybe you can help me. Und die hat ihr Kind irgendwo angebaut. He's only 10 years old. Okay, bla, 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 bla. Let me start from the beginning. Gut. Vater ist nicht mehr da. War auf dem Weg zum Imperial Palace und dann wurde er gejoinxed. Colonel Brahman, mit dem wir gerade gesprochen haben, said that Felix wasn't accepted, so we sent him home. Felix would have come straight home. He wouldn't run away. He's not like that. The city is safe. I think the colonel knows something. I'm not saying he heard my son, but I have a feeling he knows something about his disappearance. Ich muss sagen, das ist das erste Mal, dass ich diesen Text komplett lese und das hätte mir beim letzten Mal im Rumprobieren ziemlich viel herumlaufen erspart, wenn ich das gewusst hätte, weil irgendwie ist diese Quest dann bei mir versandet und ich mag ja auch nicht unendlich weit vorausspielen zwischen den einzelnen Videos. Deswegen habe ich es dann einfach gelassen, aber ich glaube ehrlich gesagt, ich habe nie wieder mit dem Colonel Brahman drüber geredet. Wahrscheinlich hätte man das einfach tun sollen. I bet he's hiding someone. I tried to find Felix. Und das ist das Wichtige. Und ab hier ist es im Großen und Ganzen auch für mich Neuland. Ich weiß zum Beispiel nicht, wer du bist. Okay, du bist unhöflich, so wie 90% der Leute in dieser Mod ganz generell. Und es wurde gesagt, wir sollen die Einruhung nicht belästigen, aber du, okay, hier ist jetzt auch alles am Sauslöcher. Ja, die meisten normalen Twyler wollen eh nicht mit uns reden. Insofern ist das alles halb so wild. Gut. Ich realisiere erst jetzt, dass hier scheinbar die meisten Tore ohnehin zugesperrt sind. Oh, what do you think of them? Don't worry, you can tell me the truth. I'll just stay between the two of us. Du hörst dich an wie ein Hardcore-Spion. I just don't know enough about them. To hell with you, just forget it. Don't bother me. Ha, ich weiß nicht, was der von mir wollte. Aber ich werde auf jeden Fall nicht den Fehler machen, mich entweder stark für oder gegen die Mutant Hunter auszusprechen, weil entweder du bist ein Spion für die Mutant Hunter und ich werde auf jeden Fall nicht reden. Information Robots, I want to talk to you. Okay. Du musst mir kurz die passende Kassette einlegen. Tell me about the local vault. Nummer 16. It's located below the Imperial Palace. Ich frage mich, ob man da mit dem Aufzug hinkäme. Wahrscheinlich, aber noch nicht. Today it is used for research and defense. Okay. Gut. Wie kommst du mit den anderen Gruppen zurecht? Contractual relations with the Hunters. Imperial Army was greatly weakened after the massive ghoul attack. That's why a contract was made with the Mutant Hunter faction. Interessant. Okay. Gut. Jede menge Propaganda, blah, 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 blah. Tell me what the Empire trades with. Okay. Großerstechnologie. Tell me where I can find a merchant around here. The appointed supply administrator. Across the street from the southern end of the Imperial Palace. Okay. Das wir uns das nächste Mal anschauen. Gut. Gibt es ansonsten hier irgendwas, was interessant ist? Was ist das für ein Riesengebäude? Hallo. Okay. Sieht mir sehr nach einer Bar für Inländer aus. Bartender? People are coming here. Please don't bother the guests. Okay. Du bist nutzlos. Ja, was interessant ist, es gibt quasi auf der Rückseite keine Tore hinaus auf der Stadt. Ich glaube weder hier noch in dem anderen. Hier sind alle ein normales Soldier. Das interessiert niemanden. Du bist ein normaler Soldier. Okay. Gut. Ja, dann sind wir hier mal fertig mit diesem Teil der Stadt. Gehen wir mal wieder rauf zum Palace und werden uns dort nochmal umschauen. Wichtig ist, wir können jetzt auf jeden Fall den Imperiumsteil betreten und verlassen, wie wir wollen. Das nächste Wichtige wird, dass wir diese ersten paar Rekrutierungsmissionen für die Vault Hunter annehmen. Vault Hunter? Nein, das ist Borderlands, äh, Mutant Hunter. Weil, wie gesagt, die, ähm, die machen uns noch nicht dem Imperium gegenüber feindlich. Oder nicht mal feindlich, aber es ist einfach, sobald eine Fraktion rauskriegt, dass ihr für die andere arbeitet, ähm, könnt ihr euch nur noch für diese eine Fraktion entscheiden. Das heißt, in unserem Versuch, äh, Equipment und vor allem XP und sonstiges Zeug zu maximieren, werden wir versuchen, möglichst alle Quests für beide Seiten zu machen, die sich machen lassen, bis sie sich dann irgendwann halt zwangsweise überlappen. Gut. Okay. Was hieß es hier südlich, across from the palace? Ähm, beziehungsweise, was ist das hier? Wie sollst du diese Tür aufmachen? Ich hab doch gerade versucht, die Tür aufzumachen, oder? Okay. Du bist offensichtlich ein Trader. Margaret Dandridge, the supply officer. Have you come to trade? What does the supply officer do? Ähm, ba, 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 okay. Okay, cool. Also, scheinbar eine sehr, äh, egalitäre Gesellschaft. Wie groß ist es ohne Geld, oder zumindest ohne Wertmittel auskommt. If the caps have no value here, could you give me some? A few thousand, perhaps? Okay. What goods do you trade with? Okay. We only rarely sell weapons, some decommissioned energy pistols at best. Okay. Ich mein, selbst alte und decommissioned energy pistols wären noch immer viel wert, aber da ist gar nichts. Du hast mich angelogen, Margaret, Margaret? Nicht sicher. Okay. Hm. Wie viel willst du für einen Stimpack? 3,84. Das ist eigentlich schwer in Ordnung, aber ich glaube, wir kommen noch eine Zeit lang ohne Auswahl. Wir haben eh noch einige auf Vorrat. Wichtig wäre jetzt mal jemanden zu finden, der super Stimpacks anbietet. Das wäre wirklich sehr, sehr nützlich. Aber gut. Äh, ich nehme nicht an, dass ich dich einfach hier ein bisschen ausräumen kann. Nein, das öffnet den Dialog. Okay, gut. Okay, und hier noch weiter im Osten gibt es, glaube ich, auch nichts. Außer noch einen Eingang zum Palast. Ah, ja genau, der hier rauskommt. Okay. Gut. Schauen wir mal kurz, aber ich bin mir relativ sicher, die werden mich aufhalten, wenn ich hier dran rum... Yeah, you've got no business down there. Okay. Ähm, dann. Punkt 1. Quatsch noch mit dir. What do you know about a boy called Felix Velasquez? I haven't seen him after he left. Is she accusing me of something? Understand she's worried. Bam, 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 bam. Don't you know anything that could help? I can't help you. Nothing I heard can be taken seriously, and I highly doubt that it has anything to do with Felix's disappearance. Okay. I wouldn't feel too good spreading rumors. I don't know you, okay? How can I gain your trust? Ooh, hello. He slightly caresses your arm. Hm. Klar, werden meine Companions mal kurz draußen warten. Ähm. I prefer no sex. Ach so, im Sinne von kein Geschlecht, weder Mann noch Frau. Okay. Alright, I'll sleep with you. Passt. Sehr gut. Alles für ein paar Informationen. Oh, du sperrst sogar ab. Was für eine intelligente Person. Boom. Ah. Toll, wenn wir jetzt keine Aids hätten. Das habe ich nicht gecheckt. Ich glaube, wir hatten keinen Konzonen dabei. Naja, egal. Ähm. Colonel Brahman fucks you stupid. Okay. Wieso nicht. Go see Chuck in his gun store. Okay. Chuck will explain the rest. Tell him I sent you. Wieso glaube ich, dass du ein absoluter Weirdo bist? Und es ist nichts damit zu tun, dass du schwul bist. Aber, dieser Chuck allein schaut schon wie ein extremer Weirdo aus. Okay. Ähm. Kein HIV-Perk. Sehr gut. Okay. Das ist nämlich eine tatsächliche Sache, die passieren kann. Ein Follower 2. Aber, nicht uns. Gut. What can I do for you? Okay. Passt. Also, für ein bisschen guten Sex haben wir die Information, dass wir mit Chuck reden sollen. Das ist auf jeden Fall schon mal viel wert. Ähm. Jetzt würde ich noch gerne mit dir reden. Weil, ich glaube, das Gespräch mit dir dreht sich generell um die Sicherheit in der Stadt. Und wir haben schon viele Sachen gefunden, für die sich scheinbar keine Sau interessiert in der Stadt. Why are you so rude? Okay. Du bist Wyatt Parson, commanding officer of the Imperial Army. Are you the supreme commander of the Imperial Army? No. The supreme commander of the Imperial Army is, of course, Aaron. Okay. I have plenty of experience with you foreigners. Gut. Du bist jemand, der Leute außerhalb nicht mag. Das heißt, ich hoffe, du kannst mir irgendwas helfen. What if one of the dwellers starts giving me trouble? Should I come to you? The kind of situation seems highly unlikely to me. I represent the law. Okay. Empire Misrael has good reasons for separating our city from its uncivilized neighbor. Okay, okay, okay. Wouldn't it be better to join forces with the rest of the city and fight against the external threat? Okay. Also im Endeffekt sind die Leute im Imperium teilweise zwar auf seine sehr andere Art radikal als die Mutant Hunter, aber mindestens genauso radikal. Into a close alliance. What's wrong with the Hunters? The Hunters made many promises. I'm not sure if they keep them. Okay. Gut, aber... Ich dachte, du bist die Person, mit der ich reden kann, wenn irgendein Scheiß passiert. So wie zum Beispiel, dass ein ganzes fucking Stadtviertel Leute abschlachtet und ihre Organe nimmt und den Rest verwurstet. Aber okay. Ich dachte, du bist die Person, die sich um das kümmert. Aber scheinbar nicht. Okay. Na gut. Es gibt hier noch eine Person, mit der wir, glaube ich, reden können. Das ist sogar ein möglicher Companion für uns. Ist jemand von euch dreien interessant? Dweller, Dweller und Dweller? Nein. Das bist du. Die erzählen uns eine sehr, sehr lange Geschichte, deswegen das machen wir das nächste Mal. Dann können wir kurz mit Elise und hier auch mit Aaron reden. Elise wird versuchen, uns den Job zu geben, aber sie hält ihn uns offen, wenn wir sagen, wir wollen ihn nicht. Ach ja, übrigens können wir uns hier drüben auch mal den Emperor anschauen. Der bleibt aber nur in diesem Raum und ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, irgendwie da reinzukommen. Aber dann wissen wir zumindest mal, was der Job von Elisa ist. Und dann werden wir den mal liegen lassen, werden wieder rausgehen zu den Mutant Huntern. Dann werden uns die Jobs von denen holen, werden die allesamt machen, werden schauen, was wir über das verschwundene Kind rausfinden. Und dann, nachdem wir all das gemacht haben, werden wir uns wohl oder übel für eine der Seiten entscheiden müssen. Ich meine, wir haben ja auch schon von den Mutant Hunters eine Quest bekommen, die uns eigentlich nicht an sie bindet, sondern mehr oder weniger so in Richtung einer Hauptquest geht. Nämlich die hier, wo wir uns zu der anderen Basis, zu der Basis, die von den Supermutanten überrannt wurde, aufmachen sollen. Das wäre auch eine Möglichkeit, aber so schnell und mit meinem derzeitigen Equip will ich Albuquerque eigentlich nicht hinter mir lassen. Deswegen werden wir da auf jeden Fall schauen, was wir noch irgendwas machen. Aber gut, das war's für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao Leute. Ciao Leute. Ciao Leute.